Vector Fertig, Speed Ja, das ist eindeutig äh Sonic, Sonic, Sonic Das sieht fast so aus wie das erste Level, was man mit dem, mit dem Sonic hier macht, in Sonic angemischt Das sieht wirklich fast exakt so aus Woah Ein bisschen länger einsammeln ist nicht schlecht Ich bin ziemlich ruhig Yeah, yeah, yeah Aber, aber ich weiß nicht, über was ich da die ganze Zeit reden soll Ähm Es ist halt auch so, dass ich seit Ewigkeit nicht aufgenommen habe und es mir total abgewöhnt habe, die ganze Zeit irgendeine Scheiße zu haben Okay, diese Kanone, wie ich verstanden bin Okay, weit Woah, da war Schlucht Da war auch Schlucht Und da ist tot Und jetzt kriege ich schon wieder kein S Schade Okay Äh, jetzt ist wieder derber Salto Und hier ist wieder derbes... Dingens Hier fetzen wir wieder irgendwie rum und was weh Jetzt müssen wir uns leiden wieder Ups Ja, das sind Viecher aus ähm Sonic Nichts Ich hätte sogar noch einen mehr machen können Woah, direkt runter ist live Sieht aber einfach genial aus Muss ich machen Haaa Ja 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 Ich finde, die Grafiken sind einfach toll Ok, ich bin jetzt nicht dran gewöhnt, irgendwelche super high-grafik-Spiele zu spielen Weil ich eben jetzt auch meinen neuen PC hier ja erst auspapiere Er ist wirklich ausgetreten gerade. Ah, ich war fast tot. Aber das macht ja nichts. So, weiter geht's. Jetzt flitzen wir wieder durch die halbe Stadt. Jetzt will ich Speed, Turbo oder... Jaaaa! Ah, ok. Hier wäre wieder ein bisschen angesagt. Oh, na, 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 na. Rechtschwing ist rechtlich! Voll schwer! Jaaaa! Driften ist cool. Drift ist funktioniert. High burn? Hammer怪yer. Rасти. Das ist alles an penalty. Mach das Licht! Definitiv um sowasabouts zu bekommen. Jetzt sehen wir Basically simpl Termin hereby. Ich habe gerade nur auf jeden Fall mit dem eensx world upmoderenden Tiefkrieger, Lose 운동 auf funktionieren. Woh. Es funktioniert kostenlos. Aahhhhhh komischer ZIEHÜÜÖK Nein... Ziel Da, Da, Da Da Oh, wir könnten sogar noch... Ah, nein, ich habe null. Und ich habe wieder keinen Perfekt-Bonus. Naja, egal, auf jeden Fall befreien wir jetzt VECTOR! VECTOR. 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 Okay, VECTOR. Danke, Sonic! Also irgendwie habe ich das Gefühl, jemand kontrolliert dieses Monster. Jemand muss dahinter stecken. Wir müssen uns darum kümmern, Sonic. Yeah, noch mehr Erfolgen. Klein. Kenn ich gar nicht. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Oh, es sieht doch, 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 doch. Ja, Sonic Colors. Eindeutig. Ja, da fliegen auch diese komischen Aliens rum. Sind die da wie Framer jetzt? Yeah, ich bin ein... Ah, Spitzhacke! Ah. Nein, nicht schon wieder die Falle. Die kenne ich auch noch aus Elfer-Gefreiten. Ja, aus Elfer-Gefreiten. Sowas wie... Sonic-Adventure. Oh, das war der Gefahrens-Adventure. Yeah, ich habe einen Alien befreit. Spikes! Was macht Spikes? Ah, das macht Spikes. Ich habe Sonic Colors übrigens nicht gespielt. Ich habe es nur von, äh, einem der Flayer gekriegt. Geil. Ja, ich habe mehr Spikes. Aua! Das ist mir... Spikes! Da muss ich wohl rein. Spikes. Warte. Ah! Das will ich doch gar nicht. Ich wollte mich doch gar nicht mehr sehen. Geh, Spice. Ich bin auch da. Ich bin auch ein Roboter. Ich bin auch ein Roboter. Ich bin voll. Ich kann das töten. Aber ich bin nicht töten. Spitzhacken Menschen. Spitzhacken Menschen. Spikes! Da oben könnt ihr mit Spikes gehen. Vollkommen. Sprechgeiter. Ist fully mit Spikes..." Spitzhacken jemanden.. verw anti-poluzивается Oktober... ...duber nicht abght zum Problem. Spiegel ist endlich nicht stehen. Ich hab nur nen Spike, weil hier die ganze Zeit rumkriegt. Ist das langsam irgendwie dunkel? Na egal. Wo ist denn das nicht dunkel, wenn wir das gucken? Boah, super Kettenwege, wo ich durchgesprungen bin. Wahrscheinlich kommt jetzt ne andere Seite. Spikes! Derbe Spikes sein! Die! Die! Oh, ich wollte sie wieder super spiken. Geh weg, ich hab die Säge. Geh weg, Chainsaw man! Hier, die Plattform. Hier, die Plattform. Oh, ich kann schon die Plattform an. Im Gegenteil. Geht da hoch, jetzt ist der wieder Spitzhacken-Modus. Und der Tanz macht wieder Spitzhacken-Modus. Das klingt wirklich. Was wolle ich da runter mit Heißblut-Mode? Das ist dann genau... Ah, Pöckchen! Mööö, noch nicht zurück. Nein, Pöckchen, nicht weg. Fliegt, fliegt. Pfff! 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 Alter, das nervt. HECK YOU UP! Pfff! Pfff! Warum guck jetzt Spikes? Neuer Spikes ist gut. Ich sag das wirklich mal Spikes! Spikes! Ich kann das nicht gut in den Haus. Ich bin nicht. Pfff! Als einer mir den er ins Gesicht bekommen hat. Ich bin nicht gesackt. Wer jetzt tot ist. Yeah! Achso! Spikes! 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 Weg von der Rakete! Oha! Hier... Das ist doch meine. Pfff! 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 Jaaaa! Spikes! Jaaaa! Spikes! Spikes! Oh mein Gott! Ah, der wirft seine Spitzhöcke in mich rein! Was ein Aris! AAAH! Acht! Acht, der kommt zurück! Echt? Ähm, ja, jetzt bin ich tot. Okay, jetzt geht's los. Wo sollen die Raketen? Boah, jetzt kommt die Rakete da raus. Was für ein Scheiß, ey. Alter, man muss die Rakete immer dann rauskommen, wenn ich sie töte. Nein, da gehört sich wieder seine Spitzwacke. Ich hab halt diesmal nicht ausprobiert. Nein! Was ist denn das? Da hoch. Durch Spikes. Weiß ich. Da, die nächste Spikes. Links. Da, die Spitzwacke trifft. Geh nach rechts. Geh da hoch. Roll an der Spitzwacke ist vorbei. Roll immer weiter. Mach das hier hoch. Roll hier hoch. Roll hier weiter mit Megaspeed-Modus. Was? Kannste nicht. Nur weil ich nicht das bieten muss. Oh, dass ich nicht den Turbo erwirte. Das ist ein Turbo. Hätte ich nicht gehabt. Woher soll ich denn wissen, dass da unten keine Säge ist? Oder soll ich wissen, wo ich über dem Land fliegen muss? Keiner kommt nochmal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Bekreisung. Boah, was für ein Nachtpicher, ey. Boah. 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 Wahrscheinlich gehe ich schon wieder game over in dem Fall. Also ich finde dieses Level ziemlich nervig, dass man hier nachdenken muss. Seit wann denkt man in einem Sonic Spiel nach? Also wirklich! Ja, ich hätte es aber nicht festgehalten, nicht festgehalten. Warum war jetzt mein Spike-Stack? Okay, jetzt habe ich wieder Spike. Jetzt kann ich mich jetzt hier spiken. Ich kriege das für jeden, Spike mich nicht weiter und dann wieder runter. Was muss ich denn noch spiken? Was ist da unten habe ich gespiked? Ich muss noch was da oben spiken. So, jetzt habe ich alles gespiked. Okay, wieder ein Checkpoint. Ich hoffe, jetzt kommt bald ein Checkpoint. Okay, jetzt ist gerade noch ein Checkpoint gekommen. Ich glaube, ich habe mich jetzt schon voll zu viel dran. Und das Ziel kann ich natürlich langsamer kommen. Weil schon wieder Spikes kommt. Spikes mehr. Spikes mehr. Mal zur Richtung, Spikes. Mal zur Richtung, Spikes. Mal zur Richtung, Spikes. Mal zur Richtung, Spikes. Sonic, los! Ich brauche mich jetzt etwa Spikes und auf dem Punkt mauer Spikes. Schon gedacht, ich werde tot, aber ich bin nicht mehr. Frame ein Punkt. Schon 17 Minuten, und ich spiele es erst bei... Nein, ich habe davor was gespielt. Äh, davor eben, das nächste Spiel. Ehh, das ist, äh, Top-Run-Dings. Bitte nicht. Danke, Ziel. Ja, ich bin das Ziel. Ja, dann mache ich heute die Parts mal kürzer. Weil ich nicht... Boah, ich war schlecht wie. Mein Gott. Ich hoffe das... Oh, jetzt noch in 3D. Planet Wisp. Planet Wisp. Sonic Colors halt. Der Part wird auch wieder verkürzt. Aber diesmal nicht auf... Diesmal nicht auf die Zeit wie vorher, sondern auf ne andere Zeit. Aber ich will mal schauen, was Shadow für den Musik ist. Ich glaube, der hatte ne eigene Arte. Runter. Du sollst runterkommen. Und jetzt kann ich die rausfinden. W 2018! That wasn't medicine . Yeah! W DU SAUSSS! yeah. Star rem這是 poner! 19 Minuten machen wir diesmal starten und da geht's ja